Sieht zwar so aus, aber es hatte am 28. Januar nicht geschneit. Der HKK-Faschingsumzug war vorbeigekommen. Anderswo gibt es diese Umzüge schon seit Ewigkeiten. In Heinischen wurde er in der Corona-Zeit geboren. Da die Idee gut ankam, entschlossen die Heinischener Narren, das Event fortzuführen. Mit dem Faschingstruck ging es quer durch Heinischen. Um 14.30 Uhr war Stopp auf dem Markt, wo sich eine große Faschingsmeute eingefunden hatte, die sich darauf freute, mit dem HKK zu feiern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach ca. einer halben Stunde närrischem Treiben auf dem Markt, hieß es sich zu verabschieden, weil der HKK-Faschings-Truck seine Reise fortsetzte. So, wir verlassen den Marktplatz zu Heinischen, natürlich mit einem einfachen Heiligen, 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 Heiligen! Schießt mal, schlapsi, 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 sch